Meine lieben Filmfreunde, heute sprechen wir unter anderem über einen neuen Film mit Henry Cavill. Wir sprechen über Jason Bourne 6, wir sprechen über Karate Kid Legends, über die Zukunft von Ghostbusters und ja, über einen weiteren Filmflop des Kinojahres 2024. Das und noch mehr jetzt in den Filmnews vom 14. Oktober 2024. Also holt euch ein Getränk, setzt euch gemütlich hin und los geht's. Ach ja, denkt dran zu abonnieren. Viel Spaß. Okay meine lieben Filmfreunde, wir legen los und zwar wie jeden Montag mit erstmal Werbung. Denn ja, irgendwie muss der Bums hier bezahlt werden und da es gerade wieder zwei Affiliate-Angebote gibt, möchte ich darauf hinweisen. Zum einen auf das Angebot von Audible. Audible ist ja der Streaming-Dienst für Hörbücher, Hörspiele und Podcasts von Amazon, der normalerweise 9,99 Euro im Monat kostet. Aber aktuell könnt ihr das Ganze für drei Monate für jeweils 99 Cent buchen und monatlich kündigen, wenn ihr Bock habt. Also, wenn ihr mal Bock habt, einfach mal was anderes zu streamen, dann sichert euch doch einfach mal Audible. Dort könnt ihr unter anderem auch die Marvel-Wastelanders-Hörspiel-Reihe hören. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Und dort findet ihr auch den Link zum Cosmos 4K SE. Das ist der Beamer von Nebula by Anchor, den ich euch kürzlich hier bei Filmflash und Serienflash vorgestellt habe. Der erste Netflix 4K-zertifizierte Beamer, den es aktuell auf dem Markt gibt, der euch echt eine Top-Qualität liefert, wie ich finde. Und aktuell einen Rabatt von 400 Euro existiert und zwar bei Amazon. Dort müsst ihr einfach nur drauf gehen und dort dann das Häkchen ankreuzen für Coupon von 400 Euro. Mein Promocode COSMOSSF, der funktioniert leider nicht mehr. Das heißt, ihr spart keine 500 Euro, aber immerhin 400 Euro. Und ja, wenn ihr euch einen Beamer für To-Go oder Zuhause holen wollt, dann schaut ihn euch doch vielleicht einfach mal an. Und ja, einfach mal anschauen. Leute, wir beginnen jetzt richtig mit den News und zwar wie jeden Montag natürlich mit den Box-Office-Zahlen. Und hier ist zu vermelden, dass Beetlejuice, Beetlejuice nach wie vor einfach ein Erfolg ist. Der Film hat mittlerweile 420 Millionen eingespielt und das bei einem Budget von 100 Millionen. Damit hat der Film definitiv längst die Gewinnschwelle erreicht. Und wir müssen eigentlich nur noch abwarten, wann Teil 3 kommt, weil Michael, wie heißt sie jetzt? Michael Keaton Douglas möchte er genannt werden. Der hat Bock, der könnte das jeden Tag spielen. So, also von daher, Beetlejuice wird wahrscheinlich auch noch den dritten Mal den Namen aussprechen. Und dann wissen wir ja, was passiert. 420 Millionen auf jeden Fall ein Erfolg, aber man merkt, dass es langsam nachlässt. So, wo es jetzt bereits richtig extrem nachgelassen hat, ist Joker Folie Adieu. Denn nach der echt mittelmäßigen bis schlechten Mundpropaganda konnte der Film am letzten Wochenende insgesamt knapp, ich glaube, 40 Millionen machen. Denn am ersten Wochenende hatte der ja 120 Millionen eingespielt. Jetzt sind wir bei 165 Millionen. Da ist nicht mehr so viel dazugekommen bei einem Film, der 200 Millionen gekostet haben soll. Und bereits im Internet von der Standing Ovation des Filmes beim Festival, viele der Meinung sind, dass Joaquin Phoenix erklärt hat zu Gaga, dass der Film miserabel sei. Ja, oder ein besseres Ende hätte haben können. Na ja, Joker Folie Adieu ist auf jeden Fall für Warner Brothers Pictures ein finanzieller Flop laut aktuellem Stand. Und ja, ihr könnt mir gerne eure Gedanken unten in die Kommentare schreiben. Was habe ich noch in den Box-Office-Zahlen? Ach ja, Transformers 1. Der Film ist vergangene Woche erst hier in Deutschland gestartet, in den USA und anderen Ländern aber bereits im September. Und ja, seit der Veröffentlichung in den USA am 20. September konnte der Film bisher leider nur 111 Millionen einspielen. Und das bei einem Budget von 75 Millionen. Womit der Film leider kein Erfolg ist. Und ich so ein bisschen die Vermutung habe, dass das Marketing nicht die richtigen Leute erreicht hat. Beziehungsweise die Leute, die erreicht wurden, nicht so wirklich wussten, was sie damit anfangen sollen. Und ähnlich ist es wohl leider auch mit The Wild Robert. Ein Animationsfilm, der 78 Millionen gekostet haben soll und ebenfalls Ende September startete. Insgesamt hat der Film mittlerweile 148 Millionen eingespielt, aber ist damit immer noch nicht in der Gewinnzone. Ja, schade drum, denn dieser Film, ich habe ihn leider bisher nicht gesehen, soll wirklich ein schöner Film sein. Aber auch da wurde eventuell einfach nicht das richtige Publikum erreicht, beziehungsweise vielleicht auch nicht genügend Marketing gemacht. Aber ja, Wild Robert bei 148 Millionen. Aber dennoch arbeitet Regisseur Chris Sanders gemeinsam mit Dreamworks bereits an einer Fortsetzung zu dem Stoff, der auf einem Bestseller basiert und im Grunde von einem Roboter erzählt, der in der Wildnis ausgelassen wird und versuchen muss, irgendwie zu überleben und dann Kontakt schließt oder Kontakt knüpft mit den ganzen Tieren vor Ort. Wild Robert könnte also trotz mittelmäßigem Ergebnis eine Fortsetzung erhalten, aber die wurde noch nicht offiziell mit einem grünen Licht versehen. Aber ja, es gäbe Pläne und man arbeitet dran und man wartet im Grunde nur noch aufs Go. Wo wir schon über Fortsetzungen sprechen, wie sieht es eigentlich mit Horizon 3 aus? Horizon 2 wurde ja kürzlich von November auf April 2025 hier in Deutschland geschoben, während eigentlich die Dreharbeiten zu Teil 3 laufen sollten. Und ja, die sind auch gestartet, doch dann plötzlich wieder stillgelegt wurden. Und zwar, weil das Geld ausgegangen ist und Teil 1 im Kino floppte. Ja, leider. Das hat wohl nun dazu geführt, dass Horizon 3 erst einmal aufgeschoben wurde und Kevin Kostner vorerst an einem anderen Projekt mitwirkt. Er ist nämlich als Co-Autor, Produzent und Hauptdarsteller nun bei Headhunters verpflichtet. Headhunters ist ein Film, den anscheinend Kevin Kostner gemeinsam mit Stephen Horan geschrieben hat, einem Kameramann, der jenen Film als sein Debüt inszenieren wird. Headhunters soll wohl von einem Auswanderer, gespielt von Kevin Kostner, handeln, der in Bali lebt und dort eine Surfer-Crew zusammenstellt, um mit denen auf eine Insel zu reisen, wo er hofft, die perfekte Welle zu finden. Das Ding ist nur, auf dieser Insel lebt ein alter Stamm von Kopfgeldjägern. Und die, die jagen dann eben die Surfer und deshalb geht es wahrscheinlich am Ende ums nackte Überleben. Headhunters ist also jetzt erst einmal das neue Projekt von Kevin Kostner, bevor er dann vielleicht zu Horizon 3 zurückkehrt. Was echt mies ist, weil das heißt, wenn Horizon 3 nicht umgesetzt wird, könnte es sein, dass viele auch nicht in Horizon 2 reingehen, weil sie sagen, ja okay, wenn das Projekt nach zwei Teilen abgebrochen wird, obwohl es vier geben sollte, dann habe ich da keine Lust mehr drauf. Sehr schade, wirklich sehr schade, weil Teil 1 war schon echt ein Brett. Und wir bleiben noch bei Fortsetzungen, wechseln allerdings zu Sony Pictures, denn die bringen am 30. Mai 2025 Karate Kid Legends in die US-amerikanischen Kinos. Karate Kid Legends ist der neueste Karate Kid Film mit Jackie Chan, ja aus dem Jaden Smith Film und Ralph Macchio. Ja, der Original Daniel LaRusso, der wird im Film ebenfalls mit von der Partie in einer Hauptrolle sein und damit seine Rolle aus Cobra Kai fortsetzen, wovon ja im kommenden Jahr dann noch die finale Hälfte der Serie bei Netflix startet. Ob es da irgendwelche Verknüpfungspunkte gibt, ja, das wissen wir leider bis heute nicht. Wir wissen allerdings, dass es sich in dem neuen Film um einen neuen Schüler dreht. Ich hoffe dennoch, dass man das Ganze einigermaßen mit Cobra Kai der Serie verknüpft. Und schließlich wurde die auch von Sony Pictures produziert. Aber ja, Daniel LaRusso ist auf jeden Fall dabei und Jackie Chan, wo man auch gespannt sein darf, wie man eigentlich die beiden Filme miteinander verknüpft. Also die von Jackie Chan und Ralph Macchio. Bei einem Einspielergebnis von 201 Millionen US-Dollar war Ghostbusters Frozen Empire für Sony Pictures leider kein finanzieller Erfolg. Weshalb sich natürlich die Frage stellt, wird es denn weitergehen mit dem Franchise? Also vor allem bald. Während für Netflix gerade eine neue Animationsserienentwicklung ist, hat Jill Keenan, der Regisseur des letzten Teils, nun gegenüber The Direct verraten, dass es definitiv weitergehen wird. Denn er und Jason Reitman, die sehen sich als Hüter der Flamme der Ghostbusters bzw. des Ghostbusters-Franchises. Und sie überlegen genau, wie es denn weitergehen wird. Und sie wollen das behüten, was einst aufgebaut wurde und von Fans geliebt wird. Wobei wahrscheinlich Fans jetzt sagen werden, ja, aber warum gibt es denn dann den letzten Film? Egal, anscheinend arbeitet man hinter den Kulissen nach wie vor an weiteren Fortsetzungen, auch wenn noch nichts konkret beschlossen ist. Bedeutet, Sony Pictures hat noch kein grünes Licht für einen neuen Film gegeben. Aber ja, man arbeitet an einer Animationsserie für Netflix und ja, man entwickelt gerade mögliche weitere Live-Action-Filme fürs Kino. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den neuen Trailer zu The Order verlinkt. Das ist ein neuer True-Crime-Krimi, unter anderem mit Jude Law, der in den USA am 6. Dezember 2024 in den Kinos startet. Hier in Deutschland leider allerdings noch keinen Starttermin hat. Leider, weil der Film bzw. der Trailer doch recht interessant aussieht. Und in Venedig gab es Standing Ovations. Der Film handelt von einem FBI-Agenten, gespielt von Jude Law, der in einem Fall von mehreren Bankraubzügen sowie Autoraubzügen involviert ist bzw. ermittelt. Und feststellt, dass es sich bei den Tätern anscheinend um eine Gruppe von Terroristen handelt. Mit dabei auch Nicholas Holt, unser künftiger Lex Luthor. The Order, Trailer unten in der Videobeschreibung. Und dort findet ihr auch den neuen Teaser zu The Six Triple Eight. Dem neuen Film von Tyler Perry mit Kerry Washington unter anderem in den Hauptrollen. Der Film nimmt uns mit zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs und erzählt uns von der einzigen farbigen Einheit des Women's Army Corps, die damals eben im Krieg unterwegs waren. Der Film wird in den USA am 6. Dezember in ausgewählten Kinos laufen. Ab dem 20. Dezember gibt es das Ganze dann bei Netflix. Und apropos Netflix, wie sieht es eigentlich mit der Neuauflage zu Narnia aus? Schon vor Jahren hat sich Netflix die Verfilmungsrechte an der Narnia-Romanreihe gesichert, um dazu Filme und Serien umsetzen zu lassen. Und vor zwei Jahren, also Ende 2022, hat man sich Greta Gerwig als Autorin und Regisseurin für die ersten zwei Filme gesichert. Doch irgendwie kommen diese zwei Filme nicht so richtig in Gang. So hat Greta Gerwig unter anderem mal gesagt, dass sie noch nicht so den richtigen Ansatz gefunden hat, beziehungsweise die Arbeiten an jenem Projekt ihr Albträume besorgen. Und nun gibt es einen Bericht von World of Real, der erklärt, dass Greta Gerwig gerade so ein bisschen Beef mit Netflix hat. Denn Greta Gerwig möchte gerne, dass ihre Narnia-Filme ins Kino kommen. Doch Netflix hat mehrfach abgelehnt. Und das soll laut Empire City wiederum wohl dazu führen, dass Greta Gerwig gerade einen Weg sucht, um auszusteigen. Womit das Projekt Narnia mal wieder einen Rückschlag erhalten würde und Netflix erneut auf die Suche gehen müsste, wem sie das Projekt denn anvertrauen. Das Ganze ist natürlich offiziell noch nicht bestätigt. Aber ja, um Narnia, die Neuauflage, sieht es aktuell irgendwie nicht so richtig gut aus. Obwohl es zuletzt so wirkte, als würde das Casting bereits laufen. Nach Sascha K.E. wurde nun auch Kyle Chandler verpflichtet. Und zwar für den neuen Netflix-Original-Film RIP von Joe Camerhan. Produziert von Matt Damon und Ben Afflecks eigener Produktionsfirma, die beide aber auch als Hauptdarsteller mitwirken. RIP erzählt uns von einer Polizeieinheit von Miami, die bei der Untersuchung von einem Arbeitskollegen auf Geld stoßen. Und das wohl immer mehr dazu führt, dass das Vertrauen in die örtliche Polizei sinkt. Kyle Chandler schließt sich nun diesem Projekt an, laut dem Hollywood Reporter, und zwar als DEA-Agent. Wie groß seine Rolle ausfällt, ist allerdings nicht bekannt und genauso wenig ist bekannt, wann denn der Film bei Netflix startet. Damit hat Kyle Chandler aber seine nächste größere Rolle ergattert, wenn auch nicht so groß wie in der HBO-Green Lantern-Serie Lanterns, die ja wahrscheinlich 2026 bei HBO erscheint. Kennt ihr noch Voltron über ein paar Weltraumforscher, die mit Robotern gegen den Tyrannen kämpfen und ihre Roboter sich zu Voltron vereinigen können? Ja, die Power Rangers mit ihren Sorts im Grunde. Jener Stoff wurde zuletzt durch Netflix als Animationsserie erneut aufgesetzt. Und nun wird auch Amazon eine Neuauflage produzieren lassen, allerdings als Live-Action-Film. Voltron, der Film, ist schon seit einigen Tagen bei Amazon-MGM Studios in Entwicklung. Und nun wurde bekannt, dass Henry Cavill eine der Hauptrollen übernimmt. Allerdings ist noch nicht klar, welche Rolle das denn offiziell sein wird. Es gibt zwar Spekulationen, darauf möchte ich jetzt hier aber nicht eingehen, denn wir wissen noch nicht, ob man denn die Handlung aus dem Original übernimmt oder sein eigenes Ding draus macht. Aber ja, Henry Cavill hat eine neue große Rolle ergattert, während er ab Januar aber erst einmal die Highlander-Neuauflage drehen wird. Wird also noch ein bisschen dauern, bis er in Voltron zu sehen ist. Aber ja, Henry Cavill, der rappelt sich gerade wieder auf. Mein Video über Henry Cavill, falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut da gerne mal rein. Da habe ich nämlich über den unglücklichsten Mann Hollywoods gesprochen und warum das auch heute irgendwie immer noch so ist. Und auch das letzte Thema für heute kommt aus der Rubrik Cast in Crew und betrifft Jason Bourne. Schon seit längerem ist bekannt, dass Universal daran interessiert ist, das Bourne-Franchise fortzusetzen. Und das am liebsten natürlich mit Matt Damon. Bevor man aber mit dem ins Gespräch gehen wollte, wollte man erst einmal ein gutes Drehbuch haben. Und so gab es vor Monaten schon einmal die Meldung, dass im Westen nichts neues Regisseur Edward Berger dafür verpflichtet wurde. Er sollte angeblich ein Drehbuch zum nächsten Jason Bourne-Teil schreiben, basierend auf einer eigenen Idee. Was im Grunde auch Jason Bourne-Darsteller Matt Damon vor etwa sieben Monaten bei der Late Show bestätigte, als er erklärte, es gibt da so einen talentierten Regisseur namens Edward Berger, der hat da eine Idee. Und ich wäre gespannt, diese Idee zu verfolgen und als Jason Bourne zurückzukehren, auch ohne Paul Greengrass als Regisseur. Und anscheinend ist diese Idee nun als Drehbuch umgesetzt, denn laut dem Production Weekly soll ein Film namens The Bourne Dilemma in Entwicklung sein. Mit Edward Berger als Regisseur und Autor und Matt Damon als Jason Bourne. Das ist keine offizielle Bestätigung, denn Production Weekly kramt sich seine Informationen aus verschiedenen Quellen zusammen. Aber es sieht danach aus, als würde Universal nun ein paar größere Schritte gehen, um diese Fortsetzung endlich Wirklichkeit werden zu lassen. Man muss hier natürlich auch sagen, Matt Damon ist nicht mehr der Jüngste und man sollte endlich mal vorankommen mit dem Franchise, wenn man das Ganze denn noch ein paar Jahre laufen lassen möchte oder aber vielleicht doch noch irgendwie es hinbekommen will, sagen wir mal, einen Nachfolger zu initiieren. Ich bin ja gespannt, ob Alicia Vikander zurückkehren wird, die ja im letzten Teil eine größere Rolle übernahm und am Ende Jason Bourne einen Job anbot. Und diesen Job hat er hoffentlich angenommen, denn nochmal die Story, Start gegen Jason Bourne, das kann ich einfach nicht mehr. Aber ja, ich hätte auf jeden Fall Bock auf einen weiteren Jason Bourne-Film, denn für mich ist das die beste Spionage-Action-Reihe, die aktuell auf dem Markt ist. Ja, besser als Mission Impossible, besser als James Bond. Und ja, Edward Berger, der ist übrigens auch nach wie vor im Gespräch, um James Bond zu inszenieren. Ich bin gespannt, ob er das nach wie vor auch ist, wenn denn jetzt wirklich bestätigt wird, dass er Jason Bourne macht. Aber ja, da müssen wir einfach mal abwarten. Habt ihr Lust auf einen weiteren Jason Bourne-Teil? Ich bin auf jeden Fall dabei. Bis dahin, Leute, das waren die Film-News. Cheerio!